Hallo, seit meinem Studium in den Fächern Komposition und angewandte Theaterwissenschaft bewege ich mich künstlerisch im gesamten Spektrum von Konzertmusik bis Performance, einschließlich aller Formen des dazwischenliegenden Graubereichs wie etwa Musiktheater, Oper, performative Installation, installative Performance, Lecture Performance, interaktive Formate und vieles mehr. Sprache spielt dabei natürlich regelmäßig eine große Rolle als künstlerisches Ausdrucksmittel, sei es in Form gesungener, gesprochener, gesprächssungener, zugespielter, projizierter, ausgedruckter, oder gefundener Sprache, sei es vorgefundener Text, neu geschriebener Text, gemeinschaftlich generierter Text, seien es Zufallsartefakte, Nebenprodukte, zweckentfremdetes Material. Oft handelt es sich um Sprache und Text im postdramatischen Sinne eines Materials unter vielen. In diesem Sinne verschränken sich die Elemente untrennbar miteinander, sodass nicht selten eine Sprache entsteht, die eher anhand ihrer klanglichen, strukturellen oder gestischen Qualitäten gedacht wird, als anhand ihres Inhalts. Gelegentlich spielt auch dramatischer Text eine Rolle. Die Paradigmen der Postmoderne ermöglichen es heute, die Distanz und Nähe zu einem verwendeten Material selbst zu einem sehr feinen, ausdifferenzierbaren Parameter zu machen. Gerade in der Arbeit mit Text und Sprache kommt zum Tragen, dass Widersprüchliches somit problemlos nebeneinander stehen oder als angeeignetes und rekontextualisiertes vielmehr denn als selbst hervorgebrachtes oder auch nur selbst gemeintes gekennzeichnet werden kann. Und Klang ist dabei sicherlich eines der Mittel, die am stärksten und subtilsten zu diesen komplexen Vielschichtigkeiten und Feinheiten fähig sind, die ein und dasselbe Material in noch so unterschiedliche neue Situationen einbetten können. Bernd Aulis Zimmermanns Requiem für einen jungen Dichter ist dafür sicherlich eines der herausragendsten Beispiele. Auf der Grundlage von Text und Sprache lassen sich, wie auch Zimmermanns Requiem es tut, mit der gebotenen Sensibilität auch Erinnerungen, biografisches und historisches aneignen, wie eine Maske überziehen, im besten Falle ein Theater als Erinnerungsraum erschaffen, in dem individuelles Persönliches zu einer kollektiven Erfahrung werden kann. Oft arbeite ich auch gemeinsam mit meinen kollektiven The Paranormal Fear Group, The Nevitzons oder in weiteren kollaborativen Konstellationen am Schnittpunkt verschiedener Elemente, Parameter und Disziplinen. Diese Arbeit geht stets von einer Offenheit für das gesamte Möglichkeiten-Spektrum der herangezogenen Mittel aus. Posa-Text, Probenprotokolle und Kettenbriefe können ebenso nebeneinander stehen oder besser noch in Dialog treten, wie auch Operngesang, eingesprochene Audiokassetten und Rap. Und ebenso, wie es Verbindungen von Sprache und Musik gibt, denen es gelingt, theatrale Räume zu erschaffen, die keiner weiteren materiellen Szenografie bedürfen, zum Beispiel von Arnold Schönberg, Claude Vivier und Georg Friedrich Haas gemeinsam mit Molina Williams Haas, kommen manche der großartigsten, theatralsten, auch kommunikativsten Musiktheaterstücke ganz ohne Sprache aus, wie etwa die Performance Third Space von Stefan Prinz und Daniel Linhahn. Einer der zentralen Sätze in der transdisziplinären Theaterphilosophie von Heiner Goebbels besagt, es ist nicht wichtig, was auf der Bühne passiert. Es ist nicht einmal wichtig, was wir auf der Bühne zeigen, sondern eher, was wir verbergen, um das Publikum in den Stand zu setzen, selbst zu entdecken. Das ist eine der Ideen, die mein Musiktheaterverständnis nachhaltig geprägt haben. Denn am wichtigsten ist es ja, Räume zu schaffen, in denen Kommunikation stattfinden kann. Neue Welten gedacht werden, neue Wege der Gemeinschaftlichkeit und des Austauschs. Wenn ich über Sprache und Musik nachdenke, ist genau das für mich der entscheidendste Aspekt überhaupt. Nicht, ob Text gesungen, gesprochen, gerappt oder zugespielt wird und nicht, ob eine kohärente Geschichte erzählt oder ein assoziatives Netzwerk aus Inhalten und Fragmenten, Lyrik und Informationen präsentiert wird. Sondern auf welchen kommunikativen und kollaborativen Wegen wir einen Zeitraum vorbereiten und ausstatten, den sich Ausführende und Publikum miteinander teilen und wie auch währenddessen und darüber hinaus ein Rahmen geschaffen wird, mit dem ein kleiner Schritt hin zu einem neuen, einem besseren, einem schöneren Miteinander zurückgelegt wird. Für viele Theaterarbeitende in der freien Szene besteht ein zentraler Reiz ihres Berufs in dem Potenzial, gemeinsam herumzudenken, zu spinnen, zu spielen, zu experimentieren, miteinander auf eine behutsame, fürsorgliche und solidarische Art umzugehen, die die Realität außerhalb der geschützten Räume ihnen oft verwehrt und gemeinsam ein neues Kommunizieren und Kreieren zu entwickeln, gespeist von utopischen Gedanken. In der sukzessiven Vermischung der Künste im 21. Jahrhundert, in der Ausdifferenzierung inter- und transmedialer Formate und Methoden wird dieses Potenzial auch für die neue Musik und das neue Musiktheater zunehmend relevant werden, zumal es lange kein Geheimnis mehr ist und durch immer neue Meldungen regelmäßig bestätigt wird, dass die Utopien der freien Theaterszene an den großen institutionalisierten Häusern eher selten Platz haben, dass dort starre Arbeitsabläufe und strenge hierarchische Strukturen vorherrschen und mitunter sogar zu geradezu kreativitätsfeindlichen oder angsterfüllten Arbeitsklimata führen. In meinem Essay über die langwierige Methode des Ausdiskutierens setze ich mich damit auseinander, wie die gesellschaftlichen Utopien, die progressiven und aufklärerischen Gedanken die starken Parolen, die so gerne auf den Theater- und Musiktheaterbühnen verkündet werden, ihre Entsprechung zuallererst auch hinter der Bühne finden können, wie Kunstkreation auf der Grundlage enthierarchisierter, gleichberechtigter, diskursiver und experimenteller Kommunikation gleichermaßen mit der ernsthaften Entwicklung einer weltverbessernden Praxis einhergehen kann, an der Publikum, AmateurkünstlerInnen, ExpertInnen aller möglichen Bereiche, Zufallsgäste und viele mehr ebenso teilhaben und mitgestalten können. Im Zentrum des Ganzen steht die Frage, wie Musiktheater und Musiktheater zu relevanten Orten werden, vielleicht wieder zu solchen Orten werden, oder vielmehr an bereits bestehende Orte gelangen und diese weiterbringen können, an denen Solidarität, Empowerment, Gleichheit, Demokratie, Austausch, Fürsorge und Gestaltungswillen gelebt werden und an denen auch queere Menschen, People of Color, Refugees und weitere marginalisierte Gruppen sich ernsthaft willkommen und eingeladen fühlen können. Sprache ist Macht, auch und ganz besonders in der Kulturarbeit, die ja etwas vermitteln, etwas übertragen, etwas kommunizieren will. Und die Umstrukturierung von Macht gehört ohne Zweifel zu den drängendsten Anliegen unserer Zeit, auf allen möglichen gesellschaftlichen Ebenen. Wir brauchen die Räume, in denen keine Macht von oben nach unten ausgeübt wird, in denen es auch gar kein Oben und Unten gibt. Wir brauchen diese Räume des Miteinander-Machens, diese Räume des Miteinander-Sprechens. Das können Musik und Theater, kann Musiktheater leisten, das lege im Kern ihre eigentlichen Relevanz, wenn wir es nur erkennen, ermöglichen und fördern. Das lachstin war immer wieder protegert und werden wirot bis zumㅋㅋㅋㅋ diese Räume aus schetzlich gehackern. Es�� bisschen dich an, wenn man etwas wie bei der Räume des Miteinander好了 ist, das Lachst Bilanz, das nassunnis und lachstipkonsexuellton, Vielen Dank.